Hey Ponys, ihr glaubt nicht, wie cool mein neuer Zauberspruch ist. Passt auf! Schmetterling, schmetter vorbei! Oh oh, ich zieh ihn zurück, ich zieh ihn zurück! Oh, sind wir in deinem Zauberbuch? Korrekt! Willkommen in Questopia, einem magischen Land voller Missionen. Schwierige Missionen, gefährliche Missionen. Okay, aber gibt es auflauschige Missionen? Nein, nur spitze und stachelige Missionen. Wenn ihr entkommen wollt, müsst ihr dem Kristallweg folgen, viele Missionen entlang des Weges meistern und dann Zentorp den Wütenden besiegen. Das ist der beste Name aller Zeiten. Viel Glück. Kommt schon Ponys, diese Missionen erledigen sich nicht von alleine. Das wird nicht gut ausgehen. Rett! Ich mach das schon, Ponys! Träume schön, mein zuckriger Freund! Oh! Oh! Ehe! 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 Ah! Ah. Das muss Zandtorps Höhle sein. Oh, man. Komm sofort da raus. Misty, was machst du denn da? Ich wirke zwar ein wenig still, aber meine Stärke, die ist echt. Wenn mein Schönheitsfleck erwacht, zeigt sich mein Mitgefühl, er ist recht. Du bist gar nicht Zahntop, der Wütende. Du bist nur einsam. Habe ich recht? Ich war auch mal einsam, bis ich meine Freunde getroffen habe. Vielleicht können wir ja deine Freunde werden. Und ich habe gesagt, das war das letzte Mal, dass ich ein Waschhorn einen Geburtstag planen lasse. Ihr glaubt nicht, was das für ein Chaos war. Nicht vorstellbar. Recht gehabt, ihr mutigen Ponys. Oh. Ihr seid ja noch am Leben. Aber natürlich. Wir haben alle deine Missionen erfüllt, dank einiger ganz besonderer Zaubertricks von Misty. Nun, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als euch nach Hause zu schicken. Keine Sorge, wir kommen dich besuchen. Danke für euren Besuch in Festopia. Kommt bald wieder. Bla, bla, bla. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.